Ich bin froh, wenn ich jede Trainingseinheit absolvieren kann, jede Minute, die sich auf dem Platz steht, tut mir gut. Ich brauche zwar noch ein bisschen Kondition und Luft, ist auch klar nach der langen Zeit, aber grundsätzlich fühle ich mich super, es hält alles und jetzt halt einfach arbeiten fürs Comeback. Das wäre auch die Frage gewesen, merkst du die Einheiten jetzt noch vielleicht anders, als wenn du voll im Saft bist? Ja, absolut. Wie man hier sieht, die Laune ist gut. Alle machen nur Faxen. Ich glaube, am dritten Tag, am vierten Tag wird das anders sein. Aber zur Frage zurückzukommen, klar, nach sieben Monaten wieder am Platz zu stehen, schöne Grüße hier noch. Ja, natürlich merkt man das, man kann so viel Reha machen, wie man will. Wenn man dann wieder am Platz steht und in den Spielen dabei ist, ist das eine ganz andere Belastung. Klar merke ich das noch. Aber ja, deswegen ist die Vorbereitung jetzt darum, das aufzutun.